Das YouTube in regelmäßigen Abständen an der Designschraube dreht, das ist ja bekannt. Nun wurde erstmals das YouTube Material Design gezeigt, beziehungsweise können wir es aktivieren. In diesem Tutorial erfährst du, wie du das neue Design für die YouTube Wiedergabe, Kanal und Startseite aktivieren kannst. Installiere dir zunächst im Bereich zum Installieren von Erweiterungen deines Browsers, welchen du bei Chrome unter Einstellungen und Erweiterungen findest, das Add-on Edit with Cookie und füge es deinem Browser hinzu. Im Anschluss gehst du auf youtube.com und loggst dich aus. Eingeloggt ist das Ganze bisher noch nicht möglich. Klicke nun auf das Add-on Symbol, wähle den Bereich Visitor Info Live aus und trage unter Wert den Code ein, den du im Artikel auf tutorialcenter.tv findest. Stelle sicher, dass der Haken bei Session gesetzt ist. Lädst du nun die Seite erneut, ist ein Teil des neuen Designs bereits aktiv. Um alle Änderungen zu aktivieren, scrolle ganz nach unten und ändere die Sprache auf Englisch US und wähle als Land Worldwide aus. Auffällig ist die Annäherung an das App-Layout von YouTube. Lange Texte auf Buttons verschwinden und stattdessen werden Symbole zum Beispiel für den Upload genutzt, die in jeder Sprache verständlich sind. Außerdem sind Videotitel nun in schwarz anstatt in blau angezeigt. Auf der Videoseite wirkt nun alles ein wenig aufgeräumter und der Abo-Button ist nach rechts gerückt und zeigt nun nicht mehr oft 999 plus, sondern die gerundete korrekte Abonnentenzahl an. Die Kanalseite erinnert stark an die der App, besonders dadurch, dass hier nun der Avatar größer und in einem Kreis dargestellt wird. Ähnlich funktioniert das Konzept auch beim Ableger YouTube Gaming. Die Akzentfarbe des Kanals wird höchstwahrscheinlich später vom Kanalbetreiber selbst einstellbar sein. Einige Einstellungen sind nun außerdem auch hinter den drei Punkten ganz oben verborgen. Wieder zurück zum alten Design kommt ihr über den Button links unten. Da das Ganze bisher allerdings nur eine frühe Vorschau ist, kann das endgültige Design mit unter noch stark abweichen. Unklar ist auch, wann und ob es überhaupt offiziell ausgerollt wird. Wie ist euer erster Eindruck des neuen YouTube Material Designs? Besser oder schlechter als das alte? Lasst uns das in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr Informationen im Artikel auf Tutorialcenter.tv